Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was machst du denn eigentlich da? Ich soll dich ganz, ganz lieb vom Papa grüßen. Oh, Dankeschön. Nach 2000 Jahren, dass dann... Doch, so schnell geht, geht. Braucht ihr irgendwas? Feuer, Taube, Dolmetscher oder... Soll ich vielleicht für ihn erleuchten? Nein, du musst eigentlich gar nichts machen. Aha. Dann bist du wegen der Wischel von der Hollercheck da, oder? Nein, wegen dem Papa. Vom Papa? Wieso? Bist er krank? Nein, dem geht es eigentlich richtig gut. Schön. Er hat wahnsinnig viel zu tun. Ah, was macht er? Die Sache ist... Am 31. Dezember findet um Mitternacht die... ...Statt. Was? Am 31. Dezember findet die Apokalypse statt. Er sagt, die Apokalypse, ja. Was ist das? Weltuntergang? Ja. Menschen, Tiere, alles weg? Ja. Am 31. Dezember? Ja. Ihr habt es echt einen Vollvogel. Also das ist nicht so, wir haben dieses... Wir gehen ja schon lange mit diesem... ... sind wir unterwegs mit diesem Projekt. Und der Harald war eigentlich der Erste, der es auf dem Punkt genauso begriffen hat, wie wir es geschrieben haben. Also was mir anteilfaltig von Anfang an wunderbar gefallen hat, war die generelle Grundidee. Dass man sagt, okay, in der Bibel steht geschrieben, der Heilige Geist blieb bei den Menschen zurück nach Christi Himmelfahrt. Und dass man sich dann fragt, okay, und wie geht es dem Heiligen Geist heute, so im Jahr 2010? Ach, hier steckst du also. Hi. Alles normal? Jesus Christ Superstar, oder? Bitte was? Ich... was? Na? Tempelaustreibung, Hochzeit zur Kamera, Bergpredigt. Schön interessant, was da drin steht. Hört ja was auf. Nein. Es geht nur um dich und um Papa. Ist ja auch klar, wir sind eben... Was seid ihr? Die wichtigen zwei Drittel. Und ich bin gar nichts, oder? Das kann man so nicht sagen. Pass auf. Also sprach der Herr. Jesus machte dies, Jesus machte jenes. Da kommt wieder der Herr, da kommt wieder der Jesus. Und alle hundert Seiten kommt irgendwo der Heilige Geist vor. Als Fußnote. Wie so eine Edelkompase. Ach komm, jetzt übertreibst du aber... Na, 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 bitte. Zeig mal eine Stelle da drin, wo der Heilige Geist irgendwas Tolles macht. Ähm... Du bist doch immer dabei. Ja? Wir drei gehören zusammen, wir sind die Dreifaltigkeit. Na. Ihr seid die Zweifaltigkeit. Ich bin nix. Ich bin euer Fußauftreter. Ihr haust die Welt sagen, ihr fragt's mir ja nicht einmal. Wieso? Ach, du tust doch nichts. Was hast du gesagt? Ich tu nix. Ja, zumindest sieht das so aus. Es hat den Anschein... Es hat den Anschein. Was ist denn das für eine Scheißpapolierung? Entschuldige, ich bin ja... Du machst es dir schon wahnsinnig einfach. Was noch? Sitzen zu rechten Gottes und was noch? Ja, ich hab meine Bestimmung erfüllt, ja. Wer hat denn Wunder gewirkt? Wer hat die Jünger gelernt und wer hat sein Wort verkündet? Bis hin zu aus... Bis hin zu... Lass mich ausreden. Lass dich ausreden. Hier bis hin zu all den anderen Sachen. So. Wen interessiert eigentlich deine Best-Auf-Liste von vor 2000 Jahren? Es geht ums jetzt. Nicht einmal eine simple Auferweckung bringst du die... auf die Welt zusammen an. Ganz super. Ja. Das bin nicht ich! Das ist ganz alleine seine Entscheidung! Ja! Christel ist gut 15, 20 Jahre jünger, also sprich Schweighöfer. Und ja, es war auch meine absolute Lieblingsrolle. Ich hätte auch gar keine andere spielen können. Mona ging nicht. Äh... Der oberste Chef ging auch nicht. Also ist Sagi noch übrig geblieben. Der Christian Tramitz war von vornherein die klare Besetzung für den Heiligen Geist. Äh... Nicht zuletzt deshalb, weil ja von ihm die Grundidee stammt und weil er gemeinsam mit dem Murmel Klausen und dem Hermann Breuer dieses Buch in die Welt gesetzt hat. Hast du gewusst, dass die Feldmaus mit der Wüstenspringmaus verwandt ist? Echt? Finde ich super. Die alten Ägypter nannten die Wüstenspringmaus sogar Maus auf zwei Beinen. Aha. Ja. Da bist du nicht drauf gekommen, he? Ja. Psst! Reck jetzt! Ein Bambi! Die sucht bestimmt seine Mutter ab. Ja. Und sowas Schönes, das sollt sie kaputt machen. Das ist gefülllos. Psst! 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 Wahrscheinlich war's krank. Achso, und wenn's krank war, dann... Psst! Seit 2000 Jahren lebt der Heilige Geist auf der Erde. Ohne... Als Stellvertreter Christi... Stets bemüht seiner göttlichen Aufgabe gerecht zu werden. Das ist natürlich im Lenkdrauchenbereich eine Sensation. Doch die ruhigen Tage des Heiligen Geistes sind gezählt, als plötzlich Gottes Sohn vor der Tür steht. Hey! Was machst du denn eigentlich da? Dreifaltig im Kino Wir drei gehören zusammen, wir sind die Dreifaltigkeit. Das müsste ich jetzt direkt googeln.